Boah, ich hasse diese langen Strasse. Das ist nicht so geil. Das gefällt mir jetzt nicht so, Leute. Da habe ich aber keinen Bock. Ja, das ist wie das Relaxo bei Pokémon. So Hunde so alleine draußen nachts und dann so einem Land, wo es Tollwut gibt. Ich habe eben den Wetterbericht gecheckt, der sagte kein Regen. Ich habe jetzt kein Regenschirm dabei. War nun eine Maus, okay. Jetzt habe ich mir ein Zeh umgeknickt. Okay, es war eine Ratte. Oh Mann, ey. Ist das ein Licht? Oh, ich sah gerade auf die Slendermähen, Junge. Boah, Junge, das ist richtig spooky. Warum ist da irgendwas... Warum ist da unten irgendwas im Wasser, Junge? ... 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